Das erinnert mich wieder an das sogenannte Debriefing, also nachzubesprechen, was denn da eigentlich passiert ist. Das ist so ein wichtiges Thema, finde ich, dieses Debriefing und passiert aber so selten, weil das einfach immer so ein, ja, ist ja nice to have und das muss man jetzt, jetzt haben wir keine Zeit für das und jetzt schauen wir einfach morgen weiter. Anstatt, dass man einfach mal nachbespricht, okay, der Mitarbeiter war auf Einsatz beim Kunden, kommt zurück und lass uns darüber sprechen, hast du alles mitgehabt, hast du alles gewusst dort, hättest du mich gern angerufen, weil, hast du mich angerufen, weil, war das eine gute Entscheidung, die du dort getroffen hast oder hätten wir auch dieses und jenes beobachten können oder mitdenken können. Und auf einmal kann man für das nächste Mal total viel gewinnen. Das ist ein super Reflexionsbogen, um all das, was da vielleicht auftritt oder die Unzufriedenheiten, die vielleicht entstehen, wettzumachen. Und, ja, also, wie gesagt, dieses Konzept beim Militär und in allen, glaube ich, Einsatzorganisationen, total, total klassisch und gängig. Du machst ein Briefing am Anfang, du machst, was auch immer du vorhast und du machst ein Debriefing, wenn es fertig ist. Und leider, leider wird das bei uns viel zu oft einfach übergangen und so getan, wie wenn es das gar nicht gibt. Und, ja, also, wie gesagt, das ist, was auch immer du vorhast, was auch immer du vorhast.